Hallo liebe Facebook- und YouTube-Freunde. Ja kommenden Sonntag um 11 Uhr gibt es hier aus meinem Wohnzimmer ein Live-Konzert gespielt von Martina Schäffer. Und was spielst du? Zunächst etwas Unterhaltsames mit Bach in Spanien und einer kleinen Überraschung zu einem Thema von Schubert. Dann etwas Ruhiges zum Durchatmen und eine absolute Weltneuheit. Was denn? Ich bin neugierig. Ich spiele die Chacon von Johann Sebastian Bach mit der Ukulele. Auf Ukulele geht das überhaupt? Eigentlich nicht. Lasst euch überraschen. Kommenden Sonntag 11 Uhr einschalten. Livestream. Facebook Martina Schäffer oder auf YouTube BF Burgenland Fernsehen. Burgenland Fernsehen zusammengeschrieben. Wir freuen uns auf euch.